Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 25. April 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 604 und ich habe heute die folgenden Themen. Österreich, Nokia, Mobile Banking, iFixit und Fritz App 2.0. Ich beginne mit Österreich und das hätte ich eigentlich gestern reinnehmen können, weil ich habe von diversen Hörern schon die Meldung bekommen, dass eventuell heute, also gestern, das gestrige heute, Apple Pay in Österreich starten sollte. Da das Ganze aber in Deutschland ziemlich ausgereizt war und über Monate hinweg fast jeden dritten Tag irgendwie solche Meldung gekommen ist, wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe das da nicht reingenommen. Hätte ich dies mal tun können, denn es ist endlich soweit. Seit gestern kann man auch in Österreich mit Apple Pay bezahlen. Zumindest, wenn man eine Kreditkarte, Debit oder eine Mastercard, Visa Card und Maestro von der ersten Bank hat oder von der N26, dann funktioniert das aktuell. Finanzinstitute wie die Bank Austria, Edenred, Revolut, Boone, WinPay und so weiter sollen nächstens folgen. Da dürfen wir gespannt sein, wie schnell das gehen wird. Ansonsten Happy Shopping mit dem neuen Dienst, der Möglichkeit auf der Uhr und dem Smartphone und logischerweise natürlich auch auf dem Mac und auf dem iPad damit zu bezahlen, liebe österreichischen Hörer. Ein bisschen weniger schön ist eine News, die rausgekommen ist rund um das Nokia 9 Pure View. Der Achim und ich haben das rund um den Mobile World Kongress euch ja vorgestellt. Das ist das Teil mit den sieben Kameras hinten dran, also fünf Kameras und zwei LED und sowas noch rundherum Sensoren. Genau, das konnte man nach einem kleinen Bugfix oder eben nicht Bugfix, sondern eben einen Bug gemacht mit einem Kaugummi-Paket entsperren. Ziemlich kurios, also mit so ziemlich allem. Da darf natürlich Nokia ziemlich schnell nachlegen und ihr, wenn ihr so ein Smartphone besitzt, dann das nächste Update auch unbedingt installieren, dass das Ganze funktioniert. Zu Beginn der Woche habe ich euch, glaube ich, erzählt, genau, dass die Credit Suisse ja als erste Schweizer Bank, die dem Twint-Konsortium angehört, gefallen ist und jetzt Apple Pay anbieten wird ab Ende diesen Monats. Und dazu passend kommt jetzt eine Umfrage von Creologics, wie man es auch immer ausspricht. Die haben herumgefragt in der Schweiz und in Deutschland, wie die Leute zufrieden sind mit ihrer Mobile Banking-App, die sie so verwenden können oder mobile, generell das Mobile Banking auf Smartphone und Tablets. Da sind anscheinend sehr viele nicht sehr glücklich und würden ohne groß zu überlegen auch ein weiteres Konto eröffnen, sprich entweder die Bank komplett wechseln oder eben halt ein zweites Konto eröffnen, um seine Finanzen besser zu managen. Ja, da, das geht mir ähnlich, da, wie soll ich sagen, meine Bank muss nicht unbedingt wissen, was ich wo einkaufe und das Ganze auch noch auswerten, wie das diverse Banken hier in der Schweiz auch tun. Das, ja, will ich, wenn schon, denn schon jemand anderem überlassen und oder mir selber. Solche Daten sind dann doch ein bisschen schwieriger, würde ich behaupten. Auch ein bisschen schwierig ist, und das hatte ich gestern, glaube ich, auch, dass Samsung das Galaxy Fold zurückgerufen hat, respektive den Verkaufsstart zurückgeschraubt hat. Jetzt hat iFixit auch das Teil noch zerlegt und ein bisschen was darüber berichten können, warum das da, ja, eben nicht ganz so toll gelaufen ist. Der grösste Designfehler ist, dass auf der Seite da, wo das Ganze gefaltet wird, ein Spalt ist, wo eben Dreck reinkommen kann. Und, also Dreck, da spreche ich jetzt nicht von Erde und, weiss ich, was Stein, sondern auch nur feinste Staubpartikelchen. Und wenn man sowas in die Hosentaschen stopft, hat's da halt auch ein bisschen Staub dabei. Auch sonst ist in der Luft sowas drin. Und dann kommt das mal rein. Der AMOLED-Screen, den Samsung dafür verwendet, der ist ziemlich heikel und erträgt da eigentlich nicht mal irgendwie Staubkörner, die dazwischen geraten. Der kommt dann da schon ziemlich ins Rudern, respektive gibt dann seinen Geist auf, was nicht ganz so schön ist. Und ja, normalerweise sind ja diese Screens geschützt mit Corning Glass und so weiter überdeckt, dass eben das nicht passieren kann, dass da nichts darunter kommt. So nicht beim Galaxy Fold, weil das Corning Glass kann man aktuell nach wie vor nicht falten und somit ist das Ganze natürlich schutzlos ausgeliefert. Ziemlich unschön. Hoffen wir doch, dass da Samsung nachbessern kann. Respektive bin ich gespannt, wie sie das lösen werden. Die ersten Zahlen oder der erste Hinweis ging ja, dass man im Juni schon soweit sein möchte, um das Fold-Out zu liefern. Waren keine offiziellen Mitteilungen, aber aus gut unterrichteten Kreisen, wie man so schön immer wieder sagt. Zu guter Letzt habe ich euch noch ein Update für all diejenigen, die eine Fritzbox zu Hause haben oder im Büro oder wo auch immer. Der Netzwerkspezialist aus Berlin, der hat ja diverse Apps, unter anderem zum WLAN ausmessen und so weiter für die Phone-App. Und sie haben eine generelle App, die MyFritz-App. Und die ist jetzt endlich nach über 200 Monaten, 200 Tagen in der Beta-Phase, wo ich die auch mittesten konnte mit vielen anderen fleissigen Testern, in der Version erschienen, die alle iOS-Nutzer jetzt laden können. Also wer eben so eine Box hat, unbedingt in den App Store gehen und sich das Neueste runterladen. Die App ist deutlich aufgeräumter, einfacher gestaltet, unterteilt in Nachrichtenheimnetzwerks. Smart Home, Fritz, Nas und Komfort. In der Schweiz leider im Bereich Smart Home nicht ganz so toll im Sinn halt, weil wir nur ein Gerät aktuell haben, was unterstützt wird offiziell. Da hoffe ich bessert AVM nächstens nach und gibt uns auch Möglichkeiten, dass wir das nutzen können. Ansonsten viele tolle Funktionen, die ich zum Beispiel nutze, den Handrufbeantworter ein und aus und so weiter. Wer, wie gesagt, so eine Box besitzt, sollte sich das Update unbedingt laden. All die anderen sollten sich das mal anschauen. Tolle Geschichte, die AVM da auf die Beine stellt. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag. Und ja, wer weiß, vielleicht mögt ihr mir auch morgen wieder zuhören. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.